Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny Wolpe. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Juhu! Hallöchen. So, wir haben im letzten Part Pyramidia abgeschlossen und jetzt gehen wir in die Welt der Wunder. Ja, ich muss mal früher wieder Kommentare machen. Das habe ich vergessen. Ich glaube, ich habe auch Daniel. Daniel Aminati, glaube ich. Ja, genau. Ich meine, war bei der Welt der Wunder? Ich meine, war bei Galileo. Ich bin nicht sicher. Ja, bei Galileo. Ja, bei Galileo. Ich war so gar nicht pro Sieben irgendwo. Ja, pro Sieben. Ich weiß nicht, was bei pro Sieben war. Jedenfalls, wir sind jetzt in der Welt der Wunder. Dem Fernsehsender. Okay, es ist natürlich kein Fernsehzimmer, was jetzt hier kommt. Und ich bin mir sicher, das dürfte dir gefallen. Ja, Zauberer. Ja, Zauberer. Zauberer und Magie. Da klingt doch eigentlich genau richtig für dich. Ja. Du stehst also auf Magie. Ja. Vor allen Dingen in Fire Emblem. Ja. Du bist ein Magier. Ja. Du bist ein Magier. Nein, bin ich nicht. du bist ein Held. Ich bin ein Held. Held sein. Held sein. Held sein. Held sein. Held sein. ich habe einen hasen aufgesaugt würfel was würfelst du würfel eine zahl jetzt bin ich dran ich würfel ja ja das war ziemlich seltsam vor allen dingen weil wir jetzt hier drei bosse haben ja okay 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 ja das war ziemlich cool was da erschienen ist ein würfeljuwel das muss ich immer schon mal haben aber nicht in rot bei uns eine farbe wir alle wissen ja was die beste farbe ist richtig richtig blau ja da will ich richtig blau ein schwer im herzen jetzt diese zaubertricks x wo die leute hier so dieses teil durch sinken wo oder jemand drin ist ich hatte das ich habe das einfach nur so was geht nämlich nicht so sowas ist nicht mit der wissenschaft zu vergleichen ich bin so jemand der mag keine magie es gibt nichts besseres als wissenschaft wir haben die beiden beiden gerade zusammen aufgesägt jetzt erst mal geld einsammelt geld 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 jetzt bist du krebs modus aktiviert ja da liegt noch ein barren ich habe ihn eingesammelt jetzt keine karte natürlich haben wir eine karte aber nicht wenn wir hier zr drücken dann haben wir keine karte aber in diesen so sagen wir lieber mal alle leute wer weiß was dann passiert jetzt haben wir überall angesagt aber jetzt haben wir noch ein juwel ich habe es auch nicht ganz verstanden aber du hast gesehen dass da oben die ganzen lampen angegangen irgendwas angesagt habe ich weiß aber nicht was ich habe ob er schmutzig ums erschweren wenn ich ein uhr kreien die sich nicht wenn du schmutzig um schmutzig um schmutzig um ich hasse diese falschen gewisse weil die können wir können wirklich ein w turnier auch beinahe ich bin hier kommen wir ja was zum ja dass dieses ganze zimmer steht auf dem kopf wie auch immer das möglich ist erwartet doch steht auf dem kopf ich würde nicht zu nah rangehen die roter können nicht verletzen ja klar ja klar ich habe einen kerzen ständer eingesaugt gegen geklopft da geht es weiter ja ich glaube es hat ihn wirklich abgelenkt jetzt wieder auf dass sie gerade abgezogen ich glaube die fische sporten ja unendlich sie sind da sind also darum auf die drohe zu schießen einzelteile ich bin hier für sich ja schön aus ich mag die drei was hast du dazu ich habe mich kommt leicht bist du auch auslösen tipp der gerne im rampe licht stehen will das lampenfieber weiß ich auch ob ich bin ich hätte ich hab's dann noch nie ausprobiert also hatte ich früher meiner schule mich an der tafel gehen heute stimmt wer wollte das schon hier kommt mein auftritt da ist was wir kommen auch ist wieder offen in der besten fahre stimmt gar nicht ja darf ich nicht mal ein bisschen randale machen kennst du diese tricks die sowas von geprägt sind ich bin mir nicht sicher ist mir egal ich bin mir nicht sicher ist mir egal mich bin ich mir sogar und ich bin mich redan ich bin in ihr ein deinem ich bin Naaah Naaah Wir werden ja durch den Reifen werfen Das ist ein Reifen umgerät Jetzt durchsprengt Ja Wo ich hingehe, kommt irgendwas raus, ey Das macht sich wahnsinnig, ne? Die Mauer hat einen Stuhl voll weg Da hat er irgendwie merkt man sich Na Oh, Geld aus Moin 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 Hey, guck mal Der gewähl in der besten Farbe aller Zeiten Money over here Hey, erinnere mich nicht Hey, let's das Ich bin einfach da reinkommen Oh Was zum Was Töten Ich habe eine idee Ich habe es Leuchtest bei mir Der düster lampe an Ich hab schon die anderen Warte, war das nicht gerade nur 3 Lampen Ich hab's schon die Andere sind die da reingeflogen sind warum sind denn jetzt fünf aber wieso es war noch voll nur drei warum die schlüssel geld 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 und stoff also mann fertig für ihn natürlich doch fasen und die augen nein das lassen wir lieber sein das ist hier eine waschküche ich glaube du hast dich gerade erstreckt warum wir so viele falsche gebisse tun doch weh ich habe ich habe einen golden geist wir müssen handtücher aufsaugen nein das habe ich schon eingesammelt wir sollten weitergehen glaubst du will ich das irgendwie irgendwann mal auf die idee kommt die schlüssel dann auch wieder raus zu ziehen ja nein das zimmer ist überhaupt nicht noch mal wie das ganze hotel ist nicht normal und du solltest da weggehen willst man zauberstrick sehen hier pass mal auf was passiert wenn ich jetzt an diesem seite hier und 321 ich habe eine schatztruhe herge zaubert daher übrigens was ist das nicht gesehen nicht sie ist in der mitte ist ein spiegel ja aber aber ja das habe ich gemacht da oben ist ein herz natürlich wieso wir noch nicht so weiter das geld und mein herz wenn so wenig perfekt perfekt dreh euch für ich komme er musste erst mal umfallen 30 30 leben so jetzt so ich kann gar nicht darauf gehen ja du bist ja auch für wissenschaft warte ich sehe das rechts noch nach oben rechts ein raum ist ja dann müssen wir ja ich weiß nicht wo die gegangen sind die sind unten wir müssen nach rechts gehen und man so herr ist es schon wieder besser da ist es jetzt aber der wunder komplett nicht hätte ich ja auch schon als ich spielte aber alle gefunden haben wir 20 21 nicht interagieren kann es nicht wirklich ein schwer darin ich will hier nur hier in eine richtung kaputt machen dass wir hier ein bisschen randale machen ist das zu viel verlangt das ist kein klar das ist eine garderobe genau zu sein meine möchtest du ich glaube sie mochten die farbe grün nicht ok wer ist noch mit ein bisschen vermüstung einfach mal weil weil ich die welt ja die drei haben jetzt einfach die reihenfolge der der räume verändert so welchen raum gehen wir als nächstes wir haben auch keine karte mehr haben wir jetzt hier durch magie nein ich hier ich hasse euch ich bin die hände machen erst mal hier machen wir abgenommen wir müssen nämlich jetzt zu dem ausruf bezeichnen das können wir jetzt nur heraus wenn wir jetzt im ränden durch die räume gehen da wollte ich mache dann wollte sein machen das haben wir doch schon ja ja da war auch die letzte edelstein drin ist auch schon zwei minuten hermann sich merkt mir so was er stimmte du und ein kurzzeitgedächtnis ist auch wahrscheinlich vergessen die eine sache rein zu editieren so meinst du weißt genau was ich meine wir haben ein buch als verteidigung das andere da die neuen wahren sensei bitte mehr auf abstand bitte warum denn ich sag's dass das roter plötzlich verletzt ich habe immer den gerne bekommen wir haben billard kugeln aber da hat er uns gerade geträumt davon ist einfach geträumt aber ja das geht mal so gar nicht dass der uns einfach hier traurte der wege bleibt kaputt gemacht okay wo gehen wir jetzt denn da jetzt gehen kaputt ich habe einen fisch komm her du ich habe einen fisch und ich weiß damit umzugehen weg war und schon war er weg das war die geschichte vom wie auch immer die fische noch mal hieß und wüte dich was geht die andere melode ja auch kaputt und geistert ist es nicht gestattet waffen zu tragen der flüchtling auf die stage der wollte unbedingt stand-up comedy machen aber diesen traum haben wegen jetzt für uns nicht gemacht gehen wir jetzt sind wir müssen nach unten um genau zu sein wir müssen zu einem bestimmten raum kommen mitten gegen den käfig geboren hat das teil der so gegen den stuhl da war ein ganzer noch was mit deiner mütze passiert das ist immer so auf und abgeflattert wo ist ja bestimmt der unten war auch mitschlapp gegeben da kann man auch von bau ich weiß doch sie sich noch mal dran nicht was loslassen dass wir noch eine stoffhase warte wir sind schon in dem raum da müssen wir gleich noch mal in den raum gehen wo der stoffhase war mit dem käfig warte dann kommt mal her ich habe einen gut angriffen das prinzip dieses boss ist relativ simpel die werden wir das war karten nach uns wir müssen wir ausweichen dann werden sie sich hier umwirbeln da müssen wir warten mehr kommen schon was zum da war es und da war es nur zwei bitte ein paar herzen vorsichtig jetzt müssen wir gucken und da war es nur war es nur einer ganz links ja da muss ja auch voll aufpassen vielleicht tot der ganz rechte ist es wieder der rechte aber ich habe keine ahnung der links der links ist es kommt kein faden raus ich habe nicht jetzt habe habe ich jedenfalls über dort legt sich hin ich will mich hin ja der geht mir noch ein reiste daher also ein knopf noch mal noch sehr sehr belebt sich jetzt wieder nicht mehr welcher von den bechern war ja jetzt ehrlich da bestehen haben wir keinen fahnen ausgeworfen ist ja ich glaube die dürfen nicht außerhalb von der arena irgendwie fallen ich glaube auch nicht ich habe sie aufgepasst das ist der linke ich habe zum glück ich gucke zum glück immerhin ist links sie ich wusste es meine rache dafür ist nämlich game over gemacht hast beinahe knopf runter ja dann kehren wir doch mal lieber am besten zum aufzug zurück oder sagen wir erst im nächsten fall dahin gehen wir müssen das auch wieder zurücklaufen wenn wir links gehen dann kommen wir eine sackgasse und die karte nicht aufrufen ich sagte doch gerade dass da eine sackgasse ist nein das ist eine wand das ist eine sackgasse muss den ganzen weg zurücklaufen jetzt machen wir die karte der kleiner wenn wir ins labor gehen dann kommen dann kommen wir wieder an den selben raum wieder raus wir müssen sowieso zum aufzug gehen wir haben wieder hier ein solcher was ja sondern die karte wieder kleiner nein da kommt der her noch die karte sagt doch du weißt nicht wie ich funktioniere oder nicht älter sport spieler habe ich dauerne karte ich gemacht eine clip runter gefallen deswegen sollten wir hier runter und dann noch mal nach ganz der nächsten weil da war noch ein stopp phase der stopp phase ich muss sie noch umbringen dass du gehen jetzt oder hab ich denn weiß es nicht weil es noch eine stoff phase es gibt aber trotzdem ein achievement aber egal wir sollten sowieso jetzt erst mal zurück zum labor gehen aber erst mal sollten wir jetzt gleich diesen das sehen wir dann im nächsten fahrt bis dann und ciao ciao ciao